jetzt nicht so weit entfernt naja achten bis zu so Prozent der Rückweg könnte etwas problematisch werden wie seid ihr hier reingekommen wo kommen die Hunde her jetzt sind die bei uns im Haus das war wirklich ihr habt gesehen dass sich die in dem Hundezwinger dort eingesperrt hat außer Blacky der sitzt da noch wie kommen Oskar und Drecks hier her ich hab schon immer gewusst und war nie eine gute schreibt sie in die Kommentare wenn ihr das wisst wie kommt die ich will ja mal nicht töten die sind komm mal komm mal komm mal guck komm mal guck komm mal guck kannst du verlieb ne oh doch das geht ok der guckt bekloppt aber der guckt da niedlich der guckt scheiße der guckt niedlich der guckt scheiße der guckt niedlich der guckt scheiße ja äh Lava einmal nein nicht richtig hahaha da hat er jetzt in Schock womit gehabt schweißt gar nicht wirklich also ich war jetzt unglaublich geschockt ok kommt dann gehen wir mal auf die Jagd meine Hunde wo seid ihr Drecksreuden schimpfst deine Hunde als Drecksreuden nein ich hab gesagt ich nehme die mit auf die Jagd ich suche Spinnen das ist ein creeper und die Spiele das ist gut Blacky sitzt da ganz einsam der hört wenn ihr nächstens ich verstehe der saß ja vorhin da muss ich in die andere 2 so Beifuß auf in den Kampf ich geb dir mal ein bisschen Unterstützung ach du scheiße in Enderman naja aber lieber auf du da seht ihr den bösen Enderman der Gefahr ist ja auch mal ein nettes Bild guckt euch mal an wie viele Mobs hier rumrennen what ach du scheiße es ist interessant na ja es ist gerade wo bist du jetzt überhaupt immer noch auf der Farm ich laufe jetzt ich bringe es in die Türze zu machen und nicht weil sie auch nein also auf dem Holzweg würde ich dir nicht raten dass du da kommst wollte ich auch ehrlich gesagt nicht weil da sind richtig richtig viele Mobs vom Enderman bis zum kopflosen Zombie Achja du bist auf der Holzinsel er auf der Kisteninsel Rex Oscar komm wir geht's mal zum Kind an der Flaus was auch schon da ist ein Creeper der kommt zu dir ich schreibe dich also es ist ihr Suizid im Wasser kann sie auch nicht ausweichen na aber die explodiert noch nie okay aber die ach das ist ein Zombie du meinst die ähm der Schaden ist nicht so groß ja kommt Oskar und Rex mit deinem Mund ne naja Mensch Rex du und du können wir dann zurück in die in die ins Haus gehen klar gut hey Oskar wo bist du also ich muss jetzt ja ich bin schon hier hier weil ich muss jetzt mal hier und was ist denn das mir noch ein bisschen Erde aneignen und ach Zombiefleisch wir sind Sonnensturm ähm da ist ein Skelett dort oben und da habt ihr schon gesehen deshalb brenne ich jetzt ganz schnell hier rein hierhin daneben so ich brauche jetzt hier nämlich Erden noch und nöcher ach du scheiße soll ich dir umgehelfen ach das ist ein Zombie gewesen das sah aus wie ein Creeper wie ein Zombie oh ich hatte schon Schiss kommt rein Jungs nein kommt rein ach nee der Ehrenhund Backtum und der Backtum ich faszinierend der Kreisbruch sonst dann Oskar und das ist nicht nur das nicht nur wieder guckt Klaus ja ich bin schon da ich guck nur nicht so gern deine ach komm der will mich der mag mich nie klar mag der dich ja der guckt süß nicht nur aus wie so ne Dose Hundefutter mit dem Helm so ähm unser Weizen oh ein Weizen ist schon fertig das Auto ist schon vertrocknet ach du scheiße oh geil meine Hunde greifen das Skelett an oh wie geil äh meine Hunde machen das Skelett fertig ist ja mal genial oh herrlich ja es besteht auch aus Knochen deswegen sagt die Wunder ja okay so Hunde weggesperrt du kannst hier nochmal abernten Moment so Hunde weggesperrt du kannst hier trotzdem nochmal abernten wie mache ich das jetzt am besten ähm also das heißt äh nicht abernten sondern du kannst hier mal ich weiß schon meine Arbeit ja genau Boden hier rechts steht beiden wo drüben der richtige Leistung was ich erbringen muss so ja den Rest auf mehr zu warten Gobi die da sitzen wie bei den Tendor so müssen jetzt noch ein bisschen Holz genau genau das sollte ich eigentlich machen und sagt wenn es geht kannst du auch gleich mitbringen ähm nicht da